Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen am Dienstag, den 11. Januar. Der Worte sind genug gewechselt, so wird manchmal aus den Klassikern zitiert, jetzt lass Taten sprechen. Und bei vielen Menschen trifft man diesen Unmut über Worte an, diesen Überdruss an Worten. Auch in der Beobachtung der öffentlichen Sphäre und der Politik geht das vielen so. Und sie wollen einfach überzeugende Taten sehen, die das offenlegen, was die Menschen wirklich denken und wollen. Denn mit Worten kann man viel machen. Bei Jesus ist der Zusammenhang von Wort und Tat ganz eng. Das ist wirklich ein mächtiges Wort, das er spricht und es ist ein überzeugendes, in der heutigen Sprache ein authentisches Wort. Und die Zuhörer in der Synagoge von Kafanaum, womit heute Markus aufmacht, sind entsetzt, heißt es wörtlich, von seiner Lehre. So etwas haben sie noch nie gehört. Sie hören die Schriftgelehrten, die über Gott reden und über die Dinge des göttlichen Gesetzes. Aber Jesus redet nicht über etwas, sondern er spricht von etwas. Das ist ganz anders. Er hat eine innere Beziehung zu dem, wovon er spricht. Und das merken die Menschen und sie merken es heute immer noch. Das Gespür für die innere Wahrheit dessen, was gesagt wird, die Glaubwürdigkeit, das ist schon sehr wach. Sie kamen nach Kafanaum. Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll staunend über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie ihre Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was ist das, eine neue Lehre mit Vollmacht? Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Ja, das glaube ich, dass sein Ruf sich rasch verbreitet hat. Das wird wie ein Lauffeuer herumgelaufen sein. Aber das Entsetzen, die Faszination, auch das Aufgeregtsein der Leute ist nicht dasselbe wie Glauben. Das Glaube ist etwas anderes, aber auf den Glauben kommt Jesus an. Und seine Reichgottesbotschaft ist eine dringende Einladung, sich vertrauensvoll Gott und seinem Wort und seiner Führung zu öffnen. Und davon ist hier zunächst nicht die Rede. Gar nicht glaubt und gar nicht glauben kann, der unreine Geist, der auch nicht nur ein einziger ist, bist du gekommen, uns ins Verderben zu stürzen, fragt er Jesus bezeichnenderweise. Und Jesus vertreibt ihn mit seinem Machtwort. Hau ab und halt's Maul. Und das muss er tun. Aber er bewegt sich nicht hin zu Füßen Jesu und möchte von ihm gerettet werden. Das kann er wohl nicht. Sondern er flieht in die Finsternis, so heißt es im Schott. Und das stimmt. Und dort sammeln die vertriebenen Dämonen ihre Kräfte und verbünden sich neu. Und am Ende werden sie alle dastehen und Jesus die Rechnung präsentieren für all die Störungen, die er in ihr Dämonenwirken hineingebracht hat. Der Synagogen-Gottesdienst übrigens, von dem hier die Rede ist und der Jesus die Chance gibt, sein Machtwort zu sprechen und diesen Menschen zu befreien und ihn auch für den Synagogen-Gottesdienst zu retten. Denn von dem Dämon unrein gemacht, hätte er den Gottesdienst gar nicht mehr besuchen dürfen. Der Synagogen-Gottesdienst bestand aus Gebet, aus Schriftlesung, aus der Tora und aus den Propheten, aus Predigt und Segen. Und ungefähr seit dem dritten vorchristlichen Jahrhundert sind solche Synagogen nachgewiesen, überall in Israel und heute ja auf der ganzen Welt. Und der Synagogen-Gottesdienst hat sich nicht grundlegend geändert. Jesus kam da nicht als Theologie-Studierter und Geweihter Priester mit Auftrag und Missio Homiletica hin, sondern er war einfach ein junger, erwachsener jüdischer Mann mit dem Anspruch auf Gesetzeskundigkeit. Und als solcher konnte er und könnte er noch immer das Wort ergreifen in der Synagoge. Diese charismatische Freiheit in der Predigtordnung, das Vertrauen, dass Gott zum richtigen Moment Menschen erweckt, Frauen und Männer, die das sagen können, was von Gott her zu sagen ist in dieser Situation. Dieses Vertrauen müssen wir uns neu erringen in unserer katholischen Kirche und es stünde uns auch gut an. Gott segne und behüte sie alle. Gott segne und behüte sie alle. Gott segne und behüte sie alle. Gott segne und behüte sie alle.